Du hast dich für mich umgebracht, Joke. Und dann hast du mich gerettet. Ich verstehe nicht. Nicht gestorben. Wie hättest du das überleben sollen? Du hast dich umgebracht, Joke. Du warst mausetot. Woher weißt du, dass ich Joke bin? Du hast dieselbe Stimme wie damals, als du als junger Mann zurückkehrt hast. Was? Was? Du hast dieselbe Stimme wie damals, als du als junger Mann sind? Also wir haben ja schon mal die gleiche Narbe wie Joke. Haben wir... Äh... Okay, ich stelle erst mal keine weiteren Vermutungen an. Die dich gefoltert haben. Zwei verdammte Rotzpengel. Der eine dick, der andere dünn. Der dicke, der dünne. Ja, das ist... Die beiden, die kennen wir ja schon. Erzähl mir von dem Dicken. Er erschien aus dem Nichts und hat ein ganzes Magazin auf dich abgefeuert. Der letzte Schuss traf dich voll in die Stirn. Erzähl mir von dem Dünnen. Henry White. Er schien harmlos, als du anfingst, ihn spaßeshalber zu erschrecken. Aber... Aber wer hätte denn ahnen können, dass er ein sadistisches Arschloch ist? Tja. Wie sind wir ins Industriegebiet gekommen? Weißt du nicht mehr? Dorthin bist du jedes Mal zurückgekehrt, um zu sterben. Ich weiß nicht, wieso du immer wieder alles vergisst, wenn du stirbst. Das hat auch keinen Sinn. Die beiden Rotzpengel haben uns im Lieferwagen dorthin gebracht. Sie töteten dich und... Du bist wieder auferstanden, aber anstatt alt zu sein, wie zuvor, warst du jung und hattest dieselbe Stimme wie jetzt. Du hast meinen Knebel entfernt und ich habe dir erzählt, was passiert war. Okay. Sind wir jetzt alle verrückt und das spielt hier alles nur in seiner Fantasie? Ich verstehe gar nichts mehr. Ich erinnere mich an nichts. Ich weiß nicht, wer ich bin. Du heißt Choke und du bist unsterblich. Und ja, du bist sterblich. Aber dann auch wieder nicht. Wer bist du? Ah, ja. Wir haben noch ganz viele Freunde da unten. Sind zwar alles Puppen, aber die applaudieren uns gut zu. Wie soll ich bitte wieder auferstanden sein? Wer macht denn hier verrücktes Zeug, Choke, hä? Also nenn mich nicht verrückt. Was wollen die von uns? Ich weiß nur, dass sie uns nicht anzünden wollen. Bedeutet das was Gutes? Lass uns fliehen. Los. Ich kann nicht, Choke. Mein Bein ist gebrochen. Flieh du alleine. Ich halte uns nur auf. Jetzt mach schon. Okay. Das wird ja immer verwobener und mysteriöser hier. Ja. Holen wir sie raus. Scheiße. Hey, du Mistkerl. Wo ist der andere? Lass ihn, Cooper. Sag schon, wo Choke ist. Du hast die Tür nicht richtig zugemacht. Deshalb ist der Tote rausgefallen. Ich suche ihn. Ich komm mit. Oh nein. Du sollst auf ihn aufpassen. Ich will ihn lebend wiedersehen. Verstanden? Genau in diesem Augenblick hättest du verschwinden können. Du hast dich nicht mal an mich erinnert und mir kaum geglaubt. Trotzdem wolltest du mich retten, Choke. Mich. Du nimmst ein Sägeblatt, das noch ziemlich scharf ist. Wenn es jetzt das ist, wofür ich es halte, dann klettern wir da rauf. Oh, wir haben ganz schön viele Münzen davon. Klettern wir da rauf und springen hinter den Zaun, weil wir keinen anderen Weg finden, um da reinzukommen. Bringen uns zwar dabei um, aber auferstehen dann wieder drin. Aber ich meine, dann haben wir einem ziemlich schnell vertraut, dass wir wiedergeboren werden. Wenn das Logo tiefer in den Stein gemeißelt worden wäre, könntest du dort einen Fuß abstützen, um auf die unterste Leitersprosse zu klettern. Und wie wäre es, wenn wir hier reinsteigen und dann da hochklettern und dann da links rüberspringen? Er zieht es geschafft. Du nimmst die Decke und lüftest ihr Geheimnis. Ein Ding. Ein Nivellgerät, das auf einem Dreifuß befestigt ist. Nivellgerät, ich habe keine Ahnung, wie das denn heißt. Ein Nivellgerät, das auf einem Dreifuß mitzunehmen, ohne zu wissen, wofür es einmal gut sein könnte. Klar, weil man ja sonst auch nichts zu tun hat. Ne, ich will nicht schon wieder da ran. Ein Haufen Wunderte. Guck mal, ob da noch irgendwas ist. Ja, habe ich mir schon gedacht. Gut, dann haben wir hier sonst noch irgendwo... Da ist nichts mehr. Dieser kleine Haufen da. Toilette oder... Gummireisen. Und wirst nicht langsamer und trägst sie auch nirgendwo an deinem Körper mit dir rum. Also ist es auch nicht schlimm, sie mitzunehmen. Wenn du versuchst, mit diesem elektrischen Zaun zu klettern, bist du ein toter Mann. Wenn du von da oben da reinspringst, auch. So, wo können wir hier noch hingehen? Können da hin, da hinten können wir nicht hingehen. Dort drinnen befindet sich Boris. Und er ist womöglich derjenige, den du am ehesten als deinen Freund bezeichnen kannst. Um die Fabrik... Nur weil ich das gesagt habe. ...must du auf die andere Seite des Zauns gelangen. Tja, und ich habe ja schon einen Plan wie. Aber erstmal können wir da rechts irgendwie rauslaufen. Äh, was ist das? So ein kleines... So lange sich diese Rohrstelle dort befindet, wirst du die Tür nicht öffnen können. Die müssten wir eigentlich kaputt machen können. So hart sind die ja nicht... Versuchst die Schrauben der Rohrstelle mit dem Sägeblatt zu lösen. Aber es ist zu dick dafür. Vielleicht mit einer Münchung. Rauben der Rohrstelle mit einem der Chips zu lösen. Und? Es funktioniert offenbar, ja. Du ziehst am Riegel... Aufmachen. Öffnest einen Waggon voller Kartons, aber nimmst nur das kleine Klebeband mit. Die Rolle ist noch fast unbenutzt. Die Kisten enthalten technisches Material. Der Firma White Tech. Nach gründlicher Überlegung bist du der Meinung, dass nichts von dem Zeug in diesen Kisten dir von Nutzen sein könnte. Dann ist aber gut überlegt. Du suchst die Kisten und findest eine Profikamera. Du beschließt nichts. Ich wette, in diesen blöden Kisten ist auch irgendwo ein Seil. Also ein Seil, also so irgendwie ein Stromkabel, ne? Und das könnte man vielleicht mitnehmen, dann da an die Dings, an die Leiter werfen und dann da hochklettern. Aber man nimmt lieber eine Profikamera mit. Eine Kamera. Mit Full HD. Super. Haben wir sonst noch was? Vielleicht unten dran? Ne, sieht nicht so aus. Ja, dann müssen wir jetzt wohl irgendwie da an die Leiter kommen, würde ich sagen. Eventuell, indem wir die Reifen durchschneiden. Denkst darüber nach, die Reifen in kleine Gummifetzen zu verwandeln. Findest aber keinen guten Grund, das in die Tat umzusetzen. Dann eben nicht. Wenn die Reifen mit Luft gefüllt wären, könntest du sie als Trampolin verwenden, um an die unterste Trittsprosse zu gelangen. Sie sind es nicht. Gut, gut, gut. Was können wir denn hier irgendwie ansatzweise machen? Ein Nive... Eine Decke. Du weißt nicht, was es dir bringen soll, das zu versiegeln. Etwas versiegeln? Wir können die Kamera versiegeln, was auch immer das bringen soll. Du weißt nicht. Offenbar nicht. Offenbar nicht. Offenbar nicht. Nein. Nein. Okay, dann... Das Klebeband ist wohl total useless. Es sei denn, wir können daraus irgendwie eine Schlinge machen. Nee, kann man nicht. Wieso willst du das auf Video aufnehmen? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich auf Video aufnehmen will. Das lässt du lieber nicht dort liegen. Ach, wieso nicht? Wir könnten die Entfernung abmessen, aber das ist wohl eher nicht so wichtig. Vielleicht müssen wir nochmal irgendwas... Das hier abkleben. Im Reifen da reinstecken. Die Decke da reinstecken. Damit können wir nicht interagieren mit diesen Lächern. Ich habe das Gefühl, wir haben irgendwo noch übersehen. Irgendwie irgendwo, wo wir hingehen können, weil ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie diese paar Dinger, die wir jetzt haben, großartig weiterbringen sollen. Ich meine, da hinten... Ich gucke mal kurz, ob wir hier irgendwie noch... Da vorne war noch was, oder? Okay, wir haben hier drei Sachen, also den elektrischen Zaun. Du siehst keinerlei Mechanismus zum Öffnen. Okay. Das ist die Fabrikhalle und das ist der Zaun. Nee, nee. Er steht unter Strom. Die roten Lichter und die gelegentlichen Funken sind der Beweis dafür, dass er unter Strom steht. Vielleicht ist mein Plan auch gerade total falsch und wir müssen nur irgendwie anders über den Zaun kommen. Zum Beispiel mit Gummi. Du bist wirklich, die Reifen als Trampolin zu benutzen, um damit auf die andere Seite zu springen? Nein. Du leidest zwar an Amnesie, aber du bist ja kein Idiot. Ja, wir könnten die Gummis zerschneiden und dann als Isolierung benutzen, um da hochzuklettern, aber vielleicht auch nicht. Es steht aus keinem isolierendem Material, also... Gut, gut, gut. Dann wollen wir das halt filmen. Vielleicht wollen wir die Kamera auch aufschneiden. Möchtest du trotzdem die Batterien der Kamera nicht verschwenden, indem du es auf Video aufnimmst? Ich hab das Gefühl, die Kamera brauchen wir irgendwie erstmal gar nicht. Was könnten wir hier noch machen? Die Decke scheint auch nicht zu isolieren. Die Chips sind total useless. Willst du... Einwickeln wollten wir hier gar nicht. Würdest durch den Strom sterben, bevor das Segel... Du denkst darüber... Hm. Ja, ja, können wir das... Nee, können wir nicht. Können wir das? Du denkst darüber. Nee, können wir nicht. Also alles, was so in meinem Kopf auch nur als annähernd sinnvoller Plan durchgeht, funktioniert hier nicht. Deswegen weiß ich einfach nicht... Er steht unter Strom. Die roten Lichter. Die gelegentlichen Funken. Die roten Lichter, sagst du? Können wir die Lichter anwählen? Können wir nochmal zu diesem Ständer, zu dem Stativ? Vielleicht können wir auf dem Stativ eine Kamera drauf bauen. Und überprüfst die Befestigungsvorrichtung. Du hast die Kamera aus einem bestimmten Grund dort gelassen. Aus welchen? Du erinnerst dich an Boris' Worte. Das ist es. Das ganze Sterben und Wiederauferstehen hat dich so sehr traumatisiert, dass du dein Gedächtnis verloren hast. Man müsste schon noch verrückter als Boris sein, um so etwas zu glauben. Nichtsdestotrotz stellst du die Kamera zum Filmen auf und... Und bringst dich selbst um. Oder? Bringen wir uns jetzt ernsthaft selbst um? In deine Manteltasche oder wo auch immer du die einsteckst. Gut, jetzt haben wir eine Aufnahme. Toll. Bringt uns also nicht viel weiter. Hm. Hier haben wir auch nichts mehr. Vielleicht können wir... Beschließ dich nicht da. Okay, also das ist praktisch wegwerfen wir. Die Münzen können wir eigentlich wegwerfen. Okay. Mal wieder so eine blöde Sache. Also habe ich da was übersehen? Ja, geh doch hin, du blöde. Hier ist etwas, was ich übersehen habe. Was könnte ich denn hier übersehen haben? Stacheldraht. Scheint von den Zuggleisen zu stammen. Als du es aufhebst... Ein Stück Holz? ...stest du fest, dass es sehr dick und widerstandsfähig ist. Okay, dieses Stück Holz hätte ich niemals gefunden. Das sah einfach aus wie ein Stück Boden halt. Einfach, wie als würdest du das Szenerie halten. Es hat keinen Sinn. Das wirst du... Doch. Ich will damit alles kaputt schlagen. Auch wenn du nicht mehr weißt, wer du bist. Ich will alle seine Sachen... ...bist du garantiert kein gewalttätiger Typ. Du wirst diese Kisten nicht mit der Holzplanke zerschlagen. Doch, je mehr Schaden wir dem Henry hinzufügen, desto besser. Und indirekt schädigt ihn das. Auch wenn du nicht mehr weißt, wer... Du klemmst das Sägeblatt in einen Spalt der Holzplanke, mit der es nun mehr oder weniger verbunden ist. Okay, na dann haben wir doch jetzt ein isoliertes Sägeblatt. Ein isoliertes Sägeblatt. Und damit können wir jetzt das Ding dazwischen bleiben, vielleicht. Bevor das Sägeblatt dem Zaun auch nur den kleinsten Schnitt zufügen könnte. Wow. Seit wann leitet Holz? Das ist mir ein wenig neu. Hm, naja. Okay. Vielleicht können wir jetzt einen Reifen da rumbinden oder so. Du würdest... Du würdest... Äh, wieso würde ich durch den Strom sterben? Du würdest... Du würdest... Du befest... Äh... Eine Holzplanke. Äh, äh... Du würdest durch den... Oh, okay. Es hat keine... Toll. Jetzt haben wir das also daran befestigt. Was haben wir davon jetzt? Wir haben praktisch eine Waffe. Die wir aber anscheinend für nichts einsetzen können. Guck mal, ob wir das noch auf irgendwas kombinieren können. Doch, das werde ich alles kaputt machen. Die Rolle sitzt schon fest genug. Okay. Du würdest durch den Strom... Du könntest versuchen, damit ein Fenster einzuwerfen. Nein, ich würde nicht... Okay, vielleicht könnte ich damit ein Fenster einwerfen. Ja, dann müssen wir wohl dahin, zurück. Und hier das Ding tiefer machen, oder was? Du stückst dich mit einem Fuß im Spalt des Logos ab, und... Ach, so. Das macht natürlich Sinn. Ach, das ist ein Eimer. Ich dachte eben, das ist eine Maske. Von hier oben sieht das so ein bisschen aus wie eine Maske. Mit dem Auge, da die Nase, aber es ist ein Eimer mit Pinseln. Nimmst den Farbeimer, samt dem darin befindlichen Pinsel mit. Gut, und jetzt springen wir. Wenn du dorthinunterspringst, stirbst du. Was an sich nicht so schlimm ist, da du ja anscheinend wieder auferstehst. Das Schlimme ist, dass du nach deiner Auferstehung nicht mehr wissen wirst, dass du Boris retten willst. Klar, wir haben das doch auf Video. Hä, w-w-w-w-w-w? Wieso sollten wir uns daran nicht erinnern? Wir haben es doch aufgenommen. Oder geht die Kamera bei dem Fuß kaputt? Wir werden uns vertreten, um Boris zu retten. Hm. Du glaubst nicht, dass es dir etwas hilft, das anzumalen. Was könnten wir denn anmalen? Wir könnten den Turm unten anmalen und wenn wir hinter dem Zaun sind... Das lässt du lieber nicht? Hm. Ich bin der Meinung, in diesem Rückblick auf dem Turm war irgendwas angemalt. Oder nicht? Hm. Sollen wir uns nochmal aufnehmen? Vielleicht irgendwie... Du wirst dich nicht noch... Ah, dann eben nicht. Hm. Was sollen wir mit der roten Farbe? Kletter nochmal kurz da hoch. Vielleicht... ...haben wir hier oben noch was übersehen. Hier können wir aber nur runtergehen. Können wir den Farbeimer rüberwerfen? Wenn du dort hinunterspringst, das Schlimme ist, dass... Ja... Es hat keinen... Du verschwendest lieber keine Farbe. Hm, vielleicht können wir irgendwas anmalen. Du glaubst nichts. Du glaubst... Du könntest etwas auf die Decke malen. Sie ist aber momentan keinen Sinn darin. Klar, könntest du draufschreiben, guck dir das Video an oder so. Du könntest die Kamera in die Decke einwickeln. Aber du überdenkst es nochmal und beschließt vorher noch etwas anderes zu tun. Die Kamera in die Reifen einwickeln? Du steckst die Kamera in einen der Reifen, um deine Videoaufnahme zu schützen. Du steckst die Kamera in die Reifen und wickelst die Decke um das Ganze. Auch wenn die Kamera von der Decke und den Reifen geschützt wird, könnte das Päckchen... Müssen wir es noch zutapen. ...das Päckchen bestätigt das Kamera, Reifen und Decke. Du beschließt, es nicht hinunterzuwerfen. Für den Zeitpunkt, an dem du dich nicht mehr an seinen Inhalt erinnerst, musst du irgendwie deine Aufmerksamkeit darauf lenken. Als du dir Boris' Worte in Erinnerung rufst... Weißt du was? Auch wenn du jetzt 30 Jahre jünger bist, ist da doch etwas, das geblieben ist. Die Narbe auf deiner Hand. Beschließt du ein Y auf die Decke zu malen. Also wenn wir den Erzähler nicht hätten, dann hätten wir uns schon 30 Mal umgebracht, bevor wir das hier richtig gemacht hätten. Naja, ist ja auch egal, wir haben hier auch unendlich viele Leben. ...dass das Päckchen auf dem Dach landet und... ...fürfst. ...dass das Päckchen... ...dass das Päckchen